Das ist die Sorte Farm Fancy, eine noch recht neue Sorte in unserem Portfolio aus der Reifegruppe Mittelfrüh, Reifezahl 240. Die Sorte ist eine Dreiwegehybride und als Dreiwegehybride zeichnet sie sich dadurch aus, dass sie relativ robust gegen Umwelteinflüsse ist und vergleichsweise wenig reagiert auf Umwelteinflüsse wie Trockenheit und Hitze. Wir empfehlen die Sorte insbesondere dadurch auch auf Standorte, die zur Trockenheit neigen. Dadurch, dass wir die Sorte auf die zur Trockenheit neigenden Standorte insbesondere empfehlen, lassen wir es bei der Saatstärke auch bei 80.000 bis 85.000 gesähten Körnern bewenden, sodass am Ende gut 80.000 Pflanzen auf dem Hektar stehen. Wir sind in der Lage, die Sorte etwas preisgünstiger an den Landwirt abzugeben, als das bei vielen anderen Sorten der Fall ist und das tun wir auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017